Kurze Sequenzen sind vielleicht eh für euch spannender, also die Zeit war das Stichwort, da hat er auch drauf, da geheißen. Wir müssen wieder weg von der Zeitdiktatur, sondern von dem, wo ist die Aufgabe, was machen wir. Und da ist die Zeit komplett egal, komplett egal. Und da hat der Einstein schon recht gehabt, die Zeit ist relativ. Also ich habe schon mal die Zeit abgesessen und da habe ich nur auf die Uhr geschaut, wann kommt der Zug, wann darf ich heim, wann darf ich trainieren, wann darf ich meine Frau wieder sehen, oder was auch immer, dieser Herzschmerz der Zeitdiktatur, da hat sie das weg, da hat sie einiges gespürt im Hier und Jetzt und plant einfach etwas, ja, wann sehen wir uns, ist eh klar, aber ein bisschen im griechischen Spirit, ein bisschen, nicht auf die Uhr schauen, wie der Deutsche, wusch wusch wusch, Sieberne hat es geheißen, was machst du um fünf nach Sieberne da, wenn eh den ganzen Tag Zeit ist. Und dass solche Einschränkungen und Maßnahmen und angerechnet wird mit der Stichuhr und verfolgbar mit dem Handy überall wie die rote Erbsen, das ganze Zeit... um das ganze Zeitungen von Schwer вопросы und